Herzlich willkommen zu einem neuen Video des Ludwig Meister Videoblogs. Heute möchte ich euch etwas über Lageschäden erzählen aus meinem Arbeitsalltag und wie man durch deren Analyse es schafft die Standzeit von Maschinen nach oben zu bringen. Wir haben im Video Lageschäden am Elektromotor bereits zwei Schäden oder zwei typische Schäden behandelt. Der erste ist ein Stromschaden. Man sieht hier in der Laufbahn ein Zebramuster. Dieses Zebramuster mit mattierten Stellen zeigt, dass hier Strom übergeschlagen ist, was häufig bei Frequenzumrichtern passiert. Der zweite Punkt, der bereits behandelt wurde, ist das Handling von Lagern. Das A und O bei jeglicher Lagermontage oder bei jeglicher Lagerhandhabung ist, dass keine Kraft über die Weltskörper im Stillstand gebracht wird. Wenn dies passiert, erzeugt man dort eine kleine Delle in der Laufbahn. Aus einer kleinen Delle wird ein kleiner Ausbruch, dann ein größerer Ausbruch und final habe ich einen ordentlichen Schaden. Und dieser Schaden bewirkt, dass ihr freiwillig die Maschinen abstellt aufgrund der Lautstärke. Wenn ein Schadeereignis im Stillstand passiert ist, gibt es noch etwas weiteres, was zu beachten ist. Hier erkennt man oft sich wiederholende Schäden. Betrachte ich nun diesen Innenring, sehe ich hier mehrere Schäden. Um festzustellen, ob diese tatsächlich im Stillstand passiert sind, bietet es sich an, den Käfig zu nehmen, drüber zu setzen und dann zu prüfen, ob hier im Abstand der Weltskörper immer wieder eine Schädigung auftritt. Ein weiterer Schaden, den ihr selbst sehr gut beobachten könnt, sind die sogenannten Laufspuren. Man sieht bei diesem Lager eine Laufspur auf der linken Seite. Diese ist umlaufend, was wiederum bedeutet, dass hier axiale Kraft auf dieses Lager gewirkt hat. Nehme ich nun noch den entsprechenden Außenring hinzu, sehe ich die Laufspur auf der rechten Seite. Zusammen ergibt dies, dass das Lager axial stark belastet wurde. Habe ich nun eine Walze, die nur radiale Kräfte erfährt, wäre für mich klar, dass diese Axialkraft nicht sein dürfte. Dann müsste ich der Schadensursache auf den Grund gehen. In diesem speziellen Fall haben wir eine vertikale Welle. Die axiale Kraft gehört zur ganz normalen Maschinenbedienung hinzu. Als nächsten Schaden möchte ich noch einen Rillenkugellager Außenring zeigen. Hier seht ihr eine blank polierte Oberfläche in der Mitte der Laufbahn. Links und rechts daneben ist das Ganze etwas matter, so wie der Ring normalerweise auch gewesen wäre. Diese blank polierte Oberfläche entsteht, wenn die Kugel in der Laufbahn auf den Ring trifft und nicht mehr durch einen Schmierfilm getrennt wird. Es brechen hier die Rauheitsspitzen ab und die Oberfläche glänzt. Das bedeutet für euch, sobald die Oberfläche stark glänzend erscheint oder wie poliert erscheint, habt ihr irgendwo ein Problem mit der Schmierung. Betrachtet man nun das Fett aus dem Lager, sieht man ein schwarzes Fett mit Messingpartikeln drinnen und auch von der Konsistenz her ist dieses nicht mehr ganz optimal. Wenn man nur noch weiß, dass das originale Fett gelb war, zeigt sich für jeden der Unterschied und auch, dass hier etwas nicht gestimmt hat. Hier könnte man mittels Fettanalyse etwas tiefer schürfen, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Wenn ihr mehr über die Entstehung eines Schadens wissen möchtet, ist es wichtig, bereits beim Ausbau Spuren zu sammeln. Dies macht ihr werdetektiv. Markiert die Einbaurichtung, nimmt Fettproben und macht Bilder. All diese Spuren zusammen mit den Maschinendaten ergeben dann ein Gesamtbild, mit dem man dann versuchen kann, die Ursache des Schadens zu ergründen. Wer mehr darüber wissen möchte, kann in der verlinkten Druckschrift nachlesen, wie man das optimalerweise macht. Fazit. Ein Lagerschaden ist wie der Höhepunkt bei einem Buch. Aber nur das Gesamte drumherum macht eine runde Geschichte daraus. Nicht jedermann kann jeden Lagerschaden einfach deuten. Wenn man jedoch die Schäden und die Maschinengesamtdaten zusammenfasst, bekommt man ein rundes Bild und kann oft den Maschinenzustand so verbessern, dass die Schäden nicht mehr so schnell auftreten. Wenn ihr also Fragen zu Lagerschäden habt, kommt gerne auf uns zu. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Likes, Kommentare und natürlich Weiterempfehlungen. Und ganz wichtig, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt bitte einfach in die Kommentare hier unter dem Beitrag. Um auch die nächsten Videos auf unserem Kanal nicht zu verpassen, am besten gleich abonnieren. Bis zur nächsten Ausgabe des Ludwig Meister Videoblogs. Euer Simon Meier